Aktuell habe ich eine sehr stressige Zeit. Was genau los ist, das erfahrt ihr in dem Monat-News. Damit erstmal herrliches Willkommen zum Monat-News. Ja, es stehen mal wieder ein paar Termine an. Das sind nicht gerade wenige Termine, sondern ein paar. Der erste Termin ist auch schon bald, Mitte Mai. Kann ich schon mal sehr fröhlich erkunden. Am 18.05.2023 wird ich einen kleinen 12-Stunden-Stream auf Twitch geben. 10 Arbeiten. Ähm, da seht ihr da gerade ja schon. Weiß es oder nicht? Ähm. Oh Gott. Ich sage, den Vertrag akzeptieren wir mal. Dazu brauche ich. Brauchen wir aber auch erstmal was, wo wir auch ernten können, ne, meine Freunde. Wir bauen mal wieder etwa. Wer hier vielleicht nicht am Arbeiten ist. Hier steht irgendwie ein Lama oder was das sein soll. Ja, von den Händen noch. Bist du noch nicht im Bett? Ich möchte schlafen. Nein. Du machst ja deine Felder. Das sind die härtesten Arbeiter. Ja. Im schlimmsten Regen. Leer ist. Niko will nicht losfahren. Er meldet sich. Ähm. Ach. Äh. 100 dran glaube ich. Euro Truck Simulator 2. Ja. Zwölf Stunden. Und ich live auf Twitch. Schaut sehr gerne vorbei mit LH22, Minecraft und ETH2. Wir freuen uns auf euren Kommen. Und das Geld, das gesammelt wird, geht an einem guten Zweck. Wie zum Beispiel anders. Aber davor, vor dem Termin überhaupt kommen kann, haben wir noch eine andere Veranstaltung. Am 13.05.2023 kommendes Wochenende in Leipzig ist die lange Nacht der Hermuterspiele. Wo ich um das Thema Hermuterspiele geht. Wie und wie lange die Uhrzeitöffnungszeiten sind, die sind aktuell mir leider nicht bekannt. Und, ähm, somit kann ich die euch auch nicht sagen. Am 17.06. ist Short & Share der Filmbarcamp für FilmemacherInnen aus Mittelfranken. Daher, ihr seid aus Mittelfranken unter 27 Jahre und ihr wollt mehr über das Thema Film und Filmlandschaft und Co. erfahren und gemeinsam mit anderen FilmemacherInnen austauschen. Dann schaut am 17.06. beim Parabol vorbei. Anmeldung ist erforderlich. Link habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Eine Woche später ist das Kreator Barcamp für... Für Personen wie mich oder vielleicht auch für euch, die alles mögliche aus sozialen Medien machen. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter, ähm, Facebook. Jeder ist willkommen. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich, wenn ihr spontan vorbeikommen wollt. Auch das ist möglich. Ähm, am besten aber mit einer Anmeldung. Und ihr bekommt eine Pizza. Und das Ganze findet im Haus des Spiels statt. Von 10 bis 17 Uhr, ähm, in Nürnberg. Bei Fragen von Veranstaltungen, die ich euch so breitgebe, ähm, könnt ihr gerne auch in die Kommentare, ähm, Fragen und dann beantworte ich sie für euch. Zum nächsten Punkt geht echt nicht zu irgendeiner Veranstaltung, sondern zu einer kleinen Information. Aktuell bin ich dabei, mein Kanal, den JanikVlogTV, ein bisschen umgestalten zu, ähm, ja, ein bisschen aufzuhüpfen, ähm, dass er auch auf dem neuesten Stand eben ist. Er hat aktuell sehr wenige Videos, kaum außer Monat nur, nur der Woche, wird auch jeden Fall bleiben. Alles andere wird sich nach und nach, wie auch schon gesehen, ähm, wird sich aktuell so weiterlaufen, bis ich da ein bisschen Konzept wieder drin habe. Und zu guter Letzt geht euch um die Gamescom 2023. Auch wir sind wieder mit der Kamera vor Ort auf der Gamescom. Dieses Jahr wird euch eine kleine Änderung geben, was euch genau ist und wie und wo. Das erwartet ihr in den kommenden, zukünftigen Videos, die hier auf dem Kanal noch erscheinen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal beim Monatnuss. Schönen Abend. Schönen Tag. Tschüss. Schönen Tag. Schönen Tag.